Also machen wir hier schon genug Heat, dass auch Schreierin kommen wird. Ja. Ja gut. Buddel, heatbuddel, ja klar. Hast du dieses Heat-Ding am Laufen? Nö, nö. Nö. Boah, kann ich mir vorstellen, dass wir genug Heat machen. Ja klar, hier. Scheiß Erdbohrer. Läuft die ganze Zeit. Buddel, ja. Ja. Na. Wurdest du? Läuft den Aufstieg. Nice. Was höchst du eigentlich? Also bei dir rieselt der Sand. Ja. Nach dass sie hier oben irgendwelche Dings hier rumbuddeln. Ich wollte was machen. Das war glaube ich Living of the Land war das glaube ich, oder? Ja. Okay, dann machen wir das mal. Wir brauchen... Machine Gunner bin ich momentan auf 3. Da brauche ich... Wo bin ich denn da? Habe aber, ich könnte 4 sogar schon freischalten, wenn ich einen Punkt hätte. Und das letzte ist dann aber dann Fortitude 10. Na gut, das ist noch weit weg. Aber dass ich zumindest bis zum nächsten Blutmund Machine Gunner auf 4 habe, damit wir hier... Weil das, da machen die AKs ja auch mehr Schaden, soviel ich weiß, gell? Okay, da bin ich grad erst auf 2. Okay. Craft Quality 5 Eid Machine Guns Deal, äh, genau. Deal, äh, 40% more damage. Oh nice, okay. 20, äh, das ist, äh, 15... Ne, das waren 30% mehr Schaden, hier sind 40% und das ist dann 50%. Okay. Also praktisch, äh, weitere 10% dann von Stufe... Ja, gut, aber... Aber mal ganz ehrlich, das ist der zweite Blutmund dann... Also, äh... Können wir machen, definitiv, aber, äh, das ist der zweite Blutmund... Und... Bisi Bisi. Meinst? Ja, keine Ahnung, weiß es nicht. Naja, ich mein, solange keine Bomber kommen und wir haben genug Munition, äh, da würde ich auch sagen, ja... Das, äh... Kommt, äh, kommt ruhig, gell? Ich denke, ich denke, dass wir... Dadurch, was wir grad spielen, machen wir auf jeden Fall schon mal gut Munition. Ähm... Ich weiß nicht, wie eine Bomber kommen, ich hab keine Ahnung. Bei uns, bei unserem Levelstand und, äh, bei unserer... Also, äh, bei unserem Beschwierigkeitsgrad kommen auf jeden Fall Bomber. Ich denke schon. Ben, hast du ja bei mir gesehen, ne? Ja. Da kann man auch 3, 4, 5 Stück. Ja, 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 ja. Ich glaub, oft normal könnte ich die Spiel gar nimmer spielen, irgendwie wenn ich... ... oder irgendwie nicht so lang meine ich... Hey, 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 was ist denn los? Kommt die Decke runter. Boah, ey, die Kohle geht so tief hier. Hammer. Mach einmal wieder hier weiter, sonst kommt da hinten wirklich noch die Decke runter. Mhm. Jetzt wird ein bisschen mehr in die Tiefe arbeiten und nicht in die Breite, sonst... Ja. Haben wir hier... So schwierig, ja. Haben wir hier Open-Air-Mining hier. Ja. Ja, gut, das haben wir eh schon. Ein bisschen. Ja, ja. Okay, das Loch geht noch. Wie bist du, wir kommen nicht mal raus, ne? Tja. Jetzt müssen wir uns von hier, äh, nach Hause bohren. Sag mal, hab ich Holz? Ja, Gott. Holz. Wenn man rennt richtig, äh, könnten wir uns eh schon mal... den Ausgangsschnitzen hier... Ja, wir müssen dann gleich, ist dann gleich am 8. Ich will das auf jeden Fall einschmelzen noch hier. Kann ich, kann ich da Leitern hinzimmern oder... Ah, ich schau mal, ob der Leitern hinbasteln kann. Äh, wie stehen denn die? Achso, scheiße. Doof, 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 doof. Okay. Was machst du denn? Ja, ich mach ja den Aufgang. Ja. Ups. Du hast das Stückchen hier am besten stehen lassen, sonst fällt alles runter. Ja, ja, ja. Beziehungsweise es fällt nicht runter, aber... Komm, ich hab genug gesammelt. Komm, wir gehen nach Hause. Wir tun das mal hier einschmelzen. Äh, Moppet. Ja. Ich hab auch, äh, 18, äh, ja, 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 ordentlich gesammelt. Genau. So, ist denn jetzt, dass wir mal hier nach Hause fahren? Die Mine hier ist super, die, äh, aber markiert haben wir es ja, gell? Ja. Sehr schön. Die ist geil, die ist richtig geil, auf jeden Fall. Motorrad, 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 Motorrad ist es. Ich bin nicht drei Wochen in der Miete rocken hier. Man muss in den Kurven echt abbremsen irgendwie, sonst im Wasserland ist. So, achso, achso, hier, ja, da komme ich so, so ein bisschen so, äh, steil, äh, steilkurve vorn, gell? Ja, genau. In diesen, äh, auf diesem Weg da. Ich hab mal aufgedruckt, hier. Hä? Ähm. So. Was ist noch zum Zerlegen? Der hier? Kann man das hier hier einschmelzen? Können wir? Himmel! Können wir? Ja. So. Kann man das hier gleich einschmelzen? Ach, das ist mir auch irgendwie zu eng hier. Äh, was ist das denn? Ähm, dass die Säule genau vor der Schmiede steht. Ja, ähm, vielleicht kann man die Scheiß-Säule da auch wegmachen, vielleicht braucht es die gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Äh, das muss ich auch in der Schmiede machen. Nee, muss ich nicht. Und zwar muss ich das hier machen. Okay. Tausend. Und hier auch nochmal. Okay. Ähm. Gut. Also über, äh, äh, shotgun, äh, Quatsch, über Munition können wir uns nicht besperren. Da läuft jetzt so 20.000 oder so. Ja, äh, aber jetzt hat hier, äh, nur, ähm, Schießwulver. Ja, genau. Ja, genau. Und, äh, ja, jetzt braucht man natürlich noch das Messing dafür. Das könnte ein Problem sein, ne? Ja. Das könnte Tiergesprungen sein, ja. So, aber hier wollte ich nochmal Reisen reinmachen. Ja. Und die brauchen wir noch. Ja, zack. Schwups. So. Läuft. Stahl. Okay. Cool. Läuft hier schon das? Oh mein Gott. Haben, wollen wir irgendwo, äh, wir haben, wir haben so viele Schmieden, die wahrscheinlich da, äh, wo gar nichts drin passiert, gell? Ja, grad nicht, ne. Äh, mal irgendwelche Schmieden hernehmen, vielleicht nur für Blei oder nur für irgendwas, keine Ahnung. Äh, ja. Definitiv. Ja. Aber die, wo ich grad davor sehe, die ist nur für Glas, ja. In der hier ist aktuell gar nichts drin, da schmeiß ich hier mal. Ja. Äh, man braucht ja auch immer Lehm, glaub ich, um hier, äh, Patronenhülsen, äh, äh, Geschossspitzen und so herzustellen, gell? Genau. So, und so, und so. Äh. Hier ist Stoney? Wo ist denn jetzt der Gang? Hier läuft noch was, ne? Muss was? Wie, wie da läuft noch was? Ja. Achso, es ist, es ist, es ist, warte mal. Die produziert, da hat eh noch überhaupt nichts produziert hier drin. Dann mach ich doch hier drin auch Blei. Ich bin jetzt in ne, in dem Gang. Äh, 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 was soll da, was, äh, was? Hier unten laufen die Bar Traps, oder? Die laufen? Hier läuft fast, irgendwas läuft hier. Ich weiß nicht was. Ne, läuft gar nichts. Bist du da? Hier der Motor. Nicht Herrn Motor. Ja, äh, die, 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 äh, die, 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 die Generatoren, die laufen nonstop. Ah, okay. Aber, aber, die, äh, die verbrauchen, äh, aber kein Strom. Weil's, also, äh, äh, es geht zuerst an die, ja doch, die verbrauchen ein Watt. Ja. Weil's, äh, weil's zuerst an die, ähm, ähm, Relais rangeht und dann erst an den Schalter. Also verbrauchen die ein Watt, aktuell. Ja. Also, äh, muss wahrscheinlich, muss wahrscheinlich alle, äh, alle, äh, äh, alle drei Monate einmal auftanken oder so. Ja. Das ist gut. Oh, was seh ich da? Oh, was seh ich? Oh, Kartoffelpflanze. Jo. Moment. Erntezeit. Fert, okay. Warte, mein Song ist kaputt, okay. Äh, äh, wie kann ich denn, okay, aussuchen. Ach so, hab ich jetzt eigentlich schon, so, ich hab aktuell sowieso kaputt. Ach, oh sieh, oh sieh. Ah doch, hab ich schon, okay, alles klar. Wächst, 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 wächst. Das wächst. Oh, nein. Okay, komm mir mal kurz zu Hilfe, der hat geschrien, ja. Was? Was? Ja, oh Gott. Was machst du? Ja, ich bin draußen. Du bist draußen. Und die hat geschrien, ja. Prozent 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 nicht Kurs Prozent Prozent jetzt sehe ich niemanden mehr ne ich auch nicht okay gut das war's keine Güte ich wollte eigentlich nur mal kurz in den Turtel rein okay ne oh Gott ich hab grad noch was hast du noch was ja Kriecher irgendwo noch so ein Nachzügler irgendwas ekliges ne im Kram nicht ja gestorben wahrscheinlich also ich sehe ich sehe gar nichts ja gestorben okay äh was wollte ich grad machen ach so ich hab grad er geerntet ja gehört gehört ja gehört growing so das sieht gut aus sieht gut aus so ja ... ... ... ... ... ... ... Ach du bist es, ich hab grad hier im Augenwinkel da irgendwo, äh, hier, äh, was, Flitze sehen. Oh Gott. Geht das hier? Geht das hier oder? Mh. Könnte man eigentlich noch? Das ist schon Eisbeton, okay. Na gut, also wir sind jetzt gerade auf der Phase, dass wir alles aus Beton machen müssen. Äh, äh, okay. Ja, mein Rest steht, nee, nee, die Burg steht noch nicht hier. Äh, komm ich hier noch an. Ich bin da gar nicht ran. An was denn? Nee, an den Turm hier, ähm. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ach doch jetzt, okay. Ja, komm. Ja, der Schaden. Ich bin da nicht hin. Okay, muss ich mal ummachen. Ich bin da nicht hin, das ist die, das ist gewertet. so oh gott oh je oh nein oder der halbe brook hier ja so pilze pilze ganz vergessen auch alle erntbar machen wir ein paar maschrums hier der pilze oh krass einmal äh pilze ernten 51 pilze ja weil sie inzwischen alles eher verdreifacht ja so ich schau mal bei mais gebraucht dann hat man pilze gebraucht dann hat man kartoffeln gebraucht und ich glaube man braucht dann auch glaube ich auch wasser könntest du ja acht minuten nein muss ich das wirklich weghauen oh scheiße ich muss ich muss noch einen punkten masterchef reingehen ganz vergessen weil er für ergebnis eintopf ach so okay das so das haben wir auch dicht das hier ist schon dicht okay also ich würde das gern auch werden hallo hallo ein punkt fehlt man dann könnte ich endlich gemüse eintopfe hier bürzeln ja ich meine du bist schnell ausgetauscht ich suche mir eine andere hausmutter kartoffeln maisklappen pilze 2221 ok ich mach mal den gang hier komplett aus stahl macht sinn auf jeden ach da fehlt beton ok warum so Na, mach doch einfach. Oh, ja, bitte. Sind das 300, 400, 500, 600, äh, passt schon. 3, 4, 5, 6, 6. Ja, weil ich gerade zusammenzähle die ganzen Minuten, die hier... Äh, die Dingsbums laufen noch, die, äh, die, ähm, sag schon, die, äh, Chemiestation. Ob der Eck, ob der Eck, ob der genug, äh, Rucksack ist. Und ich hab' ich noch, ja. Äh, komm ich hier irgendwo wieder hoch? Ne, nicht nur. Haben wir, äh, aktuell... Achso, hier draußen haben wir auch noch eine Station. Achso, hier draußen haben wir auch noch eine Station. Ja, hier draußen sind noch... ...dader dasselbe.